In Pakistan haben Bewaffnete mindestens elf Polizisten in einen Hinterhalt gelockt und getötet. Laut den örtlichen Behörden wurden bei diesem Angriff sieben weitere Polizisten verletzt. Das Attentat ereignete sich in der östlichen Provinz Punjab, als die Beamten auf der Suche nach Plünderern patrouillierten, die in dieser Region des Landes aktiv sind, berichtete die Polizei. Pakistan hat in den letzten Jahren einen Anstieg militanter Angriffe erlebt, aber die Ermordung einer so großen Anzahl von Polizisten bei einem einzigen Angriff ist selten. Pakistans Sicherheitskräfte führen häufig Operationen gegen Banditen in Punjab und der südlichen Provinz Sindh durch, wo sie sich in ländlichen und bergigen Gebieten verstecken. Dieser Angriff war einer der tödlichsten gegen die Polizei in den letzten Jahren und wurde von den Führern des Landes verurteilt. Der Präsident von Pakistan, Asif Ali Zardari, Premierminister Shebaz Sharif und Innenminister Mohsin Nakwi verurteilten den Angriff, drückten ihre Trauer aus und bezeichneten die getöteten Offiziere als Märtyrer.